Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben hier einen Produktvergleich angestellt mit den besten Produkten, beginnend von Platz 3 bis hin zu Platz 1. Es lohnt sich also das Video bis zum Ende anzuschauen. Die aktuellen Angebote mit den besten Preisen haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt, also unter diesem Video. Unser Redaktionsteam hat eine große Auswahl an aktuellen Bestsellerprodukten und Neuerscheinungen durchleuchtet, von größeren Herstellern, aber auch von kleineren Anbietern und so die besten Produkte in einem übersichtlichen Vergleich zusammengestellt. Viel Spaß damit! Auf Platz 3 haben wir uns für das Modell S50e von Polk Signature entschieden. Es handelt sich um einen sehr hochwertigen Standlautsprecher, der sich durch großartige Wohnraumtauglichkeit auszeichnet. Mit einer Höhe von gerade mal 95 cm passt die schlanke Box sehr gut in das Gesamtbild eines Sieben Wohnzimmers, ohne zu viel Dominanz auszustrahlen. Ein Hingucker ist dieser Lautsprecher, aber auch die Werte können sich hier durchaus sehen lassen, denn wir haben hier eine eher unkonventionelle Ausstattung und als Membranmaterial hier Terylen, das ein besseres Dämpfungsverhalten verspricht laut Hersteller. In Verbindung mit den kurvenförmigen Spulenträgern haben wir hier kristallklare Höhen, die für eine sehr schöne Wiedergabe sorgen und hochauflösende Audiodateien hierbei bestens für geeignet sind. Laut Hersteller ist sogar ein Frequenzbereich hier bis zu 40 kHz möglich, was nicht ganz unschuldig daran ist, dass wir hier eine High-Rap-Zertifizierung haben. Hier wird auch ein sehr realistisches Klangerlebnis versprochen und gerade im Bassbereich haben wir hier sehr, sehr viel Kraft, wenn auch relativ unkonventionell. Definitiv hier ein verdienter Platz 3. Als nächstes haben wir hier die Standlautsprecher von MOA SL10, die Bezeichnung unten in der Videobeschreibung nochmal alles genau beschrieben. Auch für diejenigen, für die das hier vielleicht ein bisschen im Video zu schnell geht und auch nochmal die besten Angebotspreise, die wir gefunden haben, unten verlinkt. Lohnt sich also da mal vorbeizuschauen. Diese Lautsprecherboxen haben eine moderne und ansprechende Form, verfügen über zwei Tieftöner und ein Magnetsystem für eine optimale Wiedergabe. Insgesamt auch hier eine schlanke Form. Die Höhe liegt bei 790 mm, die Breite bei 220 mm und die Tiefe bei 236 mm. Wenn wir uns das Datenblatt einmal genauer anschauen, so haben wir hier eine 25 mm Textilkalotte. Diese sorgt für eine sehr detailreiche Auflösung. Für die Wiedergabe vom Mittelton und Bass sind 265 mm Tieftöner hier vorhanden. Diese sind mit einem kräftigen Magnetsystem ausgestattet. Wir haben drei Wege-Lautsprecher mit Bassreflex und einer Belastbarkeit von 150 Watt im Frequenzbereich von 30.000 bis 20.000 Hertz. Der Wirkungsgrad wird vom Hersteller mit 89 Dezibel angegeben. Betrachten wir einmal die Qualität des Tons, so haben wir hier eine Tonqualität des Standlautsprechers, die in dieser Preislage sehr, sehr zufriedenstellend ist. Also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade auch für diejenigen, die nicht ganz so viel Budget zur Verfügung haben. Selbstverständlich ist der Klang nicht mit Lautsprechern aus dem gehobenen Preissegment hier zu vergleichen. Doch ist dieser im Vergleich sehr detailreich und auch klar. Wem die Wiedergabe nicht laut genug ist, der kann die Lautsprecher mit kleinen Verstärkern kombinieren. Auch Materialien und Verarbeitung hier sehr zufriedenstellend unterstützen den Klang. Das Ganze wirkt nicht billig, sondern zu diesem Preis sehr, sehr in Ordnung. Und der unserer Meinung nach beste Standlautsprecher in unserer Auswertung ist der Polk Audio T50. Ein Standlautsprecher, der bereits über sehr, sehr viele positive Bewertungen auf verschiedensten Magazinen, Testportalen und in unterschiedlichen Shops, unter anderem Amazon, aufweisen kann. Der bietet nicht nur ein tolles Design und ausgezeichnete Bauart zu einem tatsächlich kleinen Preis. Der Standlautsprecher eignet sich sowohl als Zentrale des Stereosystems als auch als Teil eines Surround-Systems in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Wir haben hier präzise und natürliche Klangbilder. Der Klang der Standboxen ist klar und hell. Der Bass ist effizient und straff definiert. Sicherlich in den Augen so mancher Verbraucher nicht unbedingt bassstark. Das schlichte und elegante Design in dunkler Holzoptik wirkt sehr, sehr hochwertig. Besonders vorteilhaft bei diesem Modell ist auch der günstige Preis, den wir hier letztendlich haben. Kleines Manko. Für manche Kunden klingt die Höhendetallierung manchmal recht hart. Dies ist jedoch kein Abbruch, wie wir finden. Besonders gut kommen die Standlautsprecher im Heimkinosystem zur Geltung. Außerdem ist das Modell hier letztendlich insgesamt in einer sehr hochwertigen Verarbeitung daherkommend und überzeugt auch durch den Klang, weshalb wir hier eine Kaufempfehlung geben können und wünschen euch viel Spaß mit diesen Modellen.